Go Buster! Oh je, das könnte lange dauern. Aber schau, da ist Diggly. Er wird helfen können. Diggly ist der beste Bagger und er hilft seinen Freunden immer gerne. Diggly wird die Löcher für die Samen im Nu fertig haben. Da, kein Problem. Jetzt pflanzt Buster all die Samen in den Löchern und liest den zweiten Schritt. Sonnenschein! Die Samen brauchen Sonnenschein, um zu wachsen. Aber oh nein, es ist bewölkt. Aber schau, da ist Monty, der Heißluftballon. Vielleicht kann er helfen. So, Monty hat die Wolke weggeschoben. Jetzt wachsen die Samen. Und der dritte Schritt. Regen? Sieht aus, als gäbe es noch einen Job für Monty. Er hüpft auf der Wolke und... Perfekt! Jetzt müssen sie nur warten, bis die Samen gewachsen sind. Viele Tage vergehen. Die Pflanzen werden größer. Dann, eines schönen Morgens, guckt Buster auf seinen Kalender. Heute ist es soweit. Schau! Rote Tomaten, orange Kürbisse, gelber Mais, grüne Bohnen und lila Auberginen. Gut gemacht, Buster. Schaut auf all die bunten Früchte und Gemüse, die er gezüchtet hat. Jetzt kann er sie mit seinen Freunden teilen. Schaut auf alle Bohnen und die 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 Schaut auf alle B